Bei Barati angelangt habe ich zuallererst zwei Erwähnungen, und zwar Zoros Kollegen Johnny und Yosaku. Beide sind auf elitärem Menschenlevel, theoretisch könnte man einen von denen auf die 10 packen, aber ich habe einen anderen Favoriten. Somit fängt es mit Full Body an. Er ist ein solider Nahkämpfer, durch seine Erfahrung im Battle IQ sehe ich ihn minimal stärker als Johnny und Yosaku. Auf der 9 haben wir Patty, ein Koch von Barati, fühlt sich wahrscheinlich stärker als Sanji, dafür ist er kein so krasser Kämpfer. Doch hier kommt das große Aber, er hat eine Art Handfeuerkanone. Diese schießt eine Kanonenkugel, doch mit einer vielfachen Kraft von einer normalen Kanone. Das könnte ein kleines Gebäude zerstören. Nach dem Schuss muss er halt mit seinen Fäusten kämpfen, doch mit der erwähnten Kanone könnte er hier die meisten Gegner verletzen. Perle, ein Gefolgsmann von Don Creek. Er trägt eine Rüstung aus mehreren Schilden, die mit riesigen Perlen verstärkt sind, und kann somit einiges tanken. Er ist auf volle Defensive aus. Sanji wird gegen Ende des Arkes, das neue Strohmitglied, er ist ein schneller Kämpfer, der seine Feinde mit Ritten bezwingt. In Zukunft wird er mit Zorro rivalisieren. Jin ist die rechte Hand von Don Creek. Zum Kämpfen benutzt er Stahltonfer mit Eisenkugeln, er konnte Perleborn schotten, was ein beachtlicher Feed ist. Seine größte Späche ist wohl die Treue zu Don Creek. Rotfuß Jeff ist ein ehemaliger berüchtigter Pirat des East Blue, er kämpft wie Sanji mit seinen Dritten. Doch da er in die Jahre gekommen ist, kann ich ihn nicht viel höher platzieren. Vielleicht hat er noch leichte Anzeichen von Haki-Resten, aber selbst Ben bringt das nicht viel gegen Don Creek. Und das mit dem Haki ist nur eine Theorie. Zorro hat am Ende vom Arc wohl seine wichtigste Niederlage bekommen. Im Vergleich zu Jeff hat er viel weniger Erfahrung, dennoch hat er ein Level, wo ich ihn über den alten Jeff packen würde. Don Creek. Durch seine Stärke ist es ihm gelungen, 50 Piratenkapitäne mit 50 Schiffen und 5000 Piraten in seiner Flotte aufzunehmen und schuf damit eine starke Armee. Diese wurde jedoch von Mihawk bis auf 100 Mann ausgelöscht. Don Creek hat eine starke Rüstung mit vielen versteckten Gadgets. Zum Beispiel ein Flammenwerfer, Giftgas, kleine Bomben, Maschinengewehre, ein Stahlnetz und große spitze Geschosse. Seine beste Waffe ist ein Speer. Dieser wiegt laut Angaben über eine Tonne und macht bei jedem Treffer eine Explosion. Ruffy konnte mit seinem unbeugsamen Willen gegen Don Creek ankommen und am Ende dessen Rüstung zerschmettern. Eine krasse Leistung von Ruffy und er beweist wieder mal, dass er der Main-Charakter ist. Mihawk ist der beste Schwertkämpfer der Welt. Er hat ohne Mühe Don Creeks Flotte vernichtet und hat Zorro mit einem kleinen Messer besiegt und gezeigt, dass dieser noch einen langen Weg vor sich hat. Selbst ohne Waffen würde er jeden aus der Liste One-Shotten und kann nicht mal Schaden von diesen Personen bekommen. Der nächste Arc heißt Alon Park und ist einer meiner Favoriten. Dann bis zum nächsten Video.